Hin und wieder gehen wir in den Grundlagen mal einen Schritt zurück, damit auch die einen Einstieg finden, die noch ganz am Anfang stehen. Während die Verhältnisse im Gleichstromkreis ja noch einigermaßen einfach zu verstehen sind, sieht das im Wechselstromkreis schon ganz anders aus. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, haben wir hier schon öfter mal das Zeigermodell benutzt. Einigen fällt es aber trotzdem schwer, Zeigerdiagramme zu lesen und zu verstehen oder selbst aufzustellen. Damit beschäftigen wir uns aber erst im zweiten Teil. Heute klären wir erst mal, was Wechselspannung oder Wechselstrom ist und wie man ihn messen kann. Herzlich willkommen zu den Grundlagen der Wechselstromtechnik. Wann sprechen wir denn von einem Wechselstrom? Was wechselt denn da? Während im Gleichstromkreis über die Zeit ein konstanter Strom fließt, ändert sich beim Wechselstrom ständig die Höhe und auch die Richtung. Und das wiederholt sich periodisch immer wieder. Die Periodendauer ist die Zeit, die für eine komplette Schwingung gebraucht wird, also eine positive und eine negative Halbwelle. Die Anzahl der Perioden, die in einer Sekunde durchlaufen werden, nennt man Frequenz. Wenn man die Periodendauer in Sekunden angibt, ist die Frequenz der Kehrwert daraus. Die Maßeinheit ist also 1 durch Sekunde, bzw. Schwingungen je Sekunde, wobei Schwingung jetzt keine Maßeinheit ist. Zu Ehren des deutschen Physikers Heinrich Herz wurde die Maßeinheit dann nach ihm benannt. Wir geben also die Frequenz in Herz an. Nehmen wir mal diese Rechteckschwingung. Der Strom entspricht ja der Ladungsmenge, die an einem bestimmten Punkt gerade vorbeifließt. Multipliziert man das mit der Zeit, erhält man die komplette Ladungsmenge, die in diesem Zeitraum bewegt wurde. Das entspricht der Fläche unter der Kurve. Nach dem Richtungswechsel fließen die Ladungen in die andere Richtung. Und auch hier entspricht die Ladungsmenge der Fläche zwischen der Kurve und der Nulllinie. Bei einem reinen Wechselstrom sind beide Flächen und damit die Ladungsmengen gleich. Der Mittelwert der Funktion ist 0. Bei diesem rechteckigen Verlauf lässt sich die Fläche ganz einfach berechnen. Das geht auch noch bei einem Dreieck. Wird aber schon schwieriger bei einem Sinus oder anderen Kurvenformen. Dazu bräuchte man dann die Integralrechnung. Darauf wollen wir hier aber verzichten. Mit etwas Vorstellungsvermögen kann man oft einschätzen, ob die Flächen der positiven und negativen Halbwelle gleich groß sind. Also von einem reinen Wechselstrom oder einer Wechselspannung sprechen wir, wenn sie sich periodisch immer gleich ändert, innerhalb einer Periode zweimal die Polarität wechselt und der Mittelwert des Verlaufes 0 ist. Dabei muss der Spannungsverlauf nicht immer komplett symmetrisch sein. Bei dieser Kurve ist der positive Impuls wesentlich länger als der negative. Der ist dafür aber höher, wodurch die Flächen oberhalb und unterhalb der Nulllinie trotzdem gleich sind. Wie sieht's hier aus? Das ist zwar ein schöner Sinusverlauf, aber die Flächen unterhalb der Nulllinie sind wesentlich kleiner und der Mittelwert kann nicht 0 sein. Es wäre eine perfekte Wechselspannung, wenn die Nulllinie hier verlaufen würde. Die Kurve ist um diesen Betrag verschoben. Über die Zeit wird eine konstante Spannung dazu addiert, was einer idealen Gleichspannung entspricht. Wir haben es hier also mit einer Mischspannung zu tun. Je nachdem wie man das sieht, haben wir eine von einer Wechselspannung überlagerte Gleichspannung oder eine Wechselspannung mit einem Gleichspannungsanteil. Das plus das ergibt das. Der Mittelwert entspricht dem Gleichspannungsanteil. Es gibt Situationen, wo diese Mischform gewünscht bzw. notwendig ist. Der Gleichspannungsanteil kann aber auch stören. Beides findet man in einem Signalverstärker. Am Beispiel eines Röhrenverstärkers ist es vielleicht am einfachsten zu erklären, gilt aber prinzipiell auch bei Transistoren. Das Steuergitter der Röhre soll keine positiven Spannungswerte annehmen. Um das zu gewährleisten, erhält das Gitter eine negative Vorspannung, die dann mit dem Signal überlagert wird. Das Ergebnis ist dann keine Wechselspannung mehr, da sich die Polarität nicht mehr ändert. Man könnte es pulsierende Gleichspannung nennen. Das verstärkte Signal wird an der Anode abgenommen, die eine sehr hohe positive Spannung hat. Die kann man jetzt natürlich nicht so einfach auf das Gitter der nächsten Stufe geben. Wie werden wir einen ungewollten Gleichspannungsanteil los? Eine Möglichkeit ist zwischen die Stufen einen Kondensator zu schalten. Der ist für Gleichströme ein unüberwindbares Hindernis, für Wechselströme aber nur ein mehr oder weniger großer Widerstand. Hinter dem Kondensator bleibt also nur der Wechselanteil übrig, nur um dann erneut eine negative Gittervorspannung dazugeben zu können. Eine andere Möglichkeit den Gleichspannungsanteil loszuwerden wäre, diesen durch eine gleich hohe, aber entgegengesetzt gepolte Gleichspannung zu kompensieren. Die Summe der Gleichspannung ist 0 und übrig bleibt nur die reine Wechselspannung. Wie kann man einen Wechselstrom oder eine Wechselspannung nun messen und wie kann man überhaupt einen Wert angeben, wenn sich die Höhe doch ständig ändert? Was bedeuten die 25V an diesem Trafo oder die 230V an der Netzsteckdose? Würde ein Messgerät dem Spannungsverlauf genau folgen, wäre es nicht ablesbar. Allein die Netzspannung durchläuft 50 volle Perioden in einer Sekunde. Um einen vernünftigen Wert anzuzeigen, muss im Messgerät eine gewisse Trägheit haben. Die ist auf natürliche Art und Weise schon vorhanden. Eine Digitalanzeige hat immer eine gewisse Verzögerung und beim Drehspulinstrument ist die Mechanik viel zu träge, um 100 mal in einer Sekunde in beide Richtungen auszuschlagen. Stattdessen stellt sich das Messwerk auf einen mittleren Wert ein. Bei Wechselspannung oder Strom würde das Instrument gar nichts anzeigen, denn der Mittelwert ist 0. Deshalb wird der Wechselstrom zunächst mal gleichgerichtet, also praktisch eine Halbwelle an der Nulllinie gespiegelt. Der Mittelwert entspricht jetzt einem Gleichstrom, bei dem während einer Periode genauso viele Ladungen fließen wie bei der gleichgerichteten Wechselspannung. Das bedeutet, die Fläche unter dieser Geraden ist genauso groß wie die Flächen der beiden Halbwellen zusammen. Man nennt diesen Mittelwert auch Gleichrichtwert, weil er aus der Gleichrichtung einer Wechselspannung entstanden ist. Dieser Wert bestimmt den Ausschlag des Messgerätes. Es ist aber nicht das, was wir ablesen, denn die Skala ist auf den sogenannten Effektivwert geeicht. Eine Ausnahme sind Dreheiseninstrumente. Bei denen ist der Ausschlag proportional zum Quadrat des Stromes. Die zeigen gleich den Effektivwert an. Man erkennt sie meistens daran, dass die Skala nicht linear ist. Die Effektivität des Stroms bezieht sich nicht auf die transportierte Ladungsmenge, sondern auf die umgesetzte Leistung. Das ist historisch bedingt, weil anfangs Gleich- und Wechselstromnetze miteinander konkurriert haben. Würde man einen sinusförmigen Wechselstrom mit einem Gleichstrom vergleichen, der dem Spitzenwert des Wechselstromes entspricht, wäre der Gleichstrom wesentlich effektiver, denn er setzt während der gesamten Zeit die gleich hohe, konstante Leistung um. Der Wechselstrom tut das nur an den beiden Scheitelpunkten. Dazwischen ist die Leistung geringer und zwischendurch auch mal 0. Die Frage ist jetzt, wie groß muss ein Gleichstrom sein, der die gleiche Leistung wie der Wechselstrom umsetzt? Das ist der Effektivwert und der ist bei einem sinusförmigen Wechselstrom kleiner als der Spitzenwert. Er entspricht dem quadratischen Mittelwert des Wechselstroms. Warum quadratisch? Bei einer Verdopplung der Spannung fließt ein doppelt so hoher Strom. Leistung ist Strom mal Spannung, das bedeutet die Leistung vervierfacht sich dadurch. Wenn bei einer Wechselspannung oder einem Wechselstrom keine weiteren Angaben gemacht werden, ist in der Regel der Effektivwert gemeint. Und auf den Wert sind die Messgeräte normalerweise geeicht. Wer lieber Englisch statt Deutsch spricht, findet dafür die Abkürzung RMS, Root Mean Square, was auch nichts anderes heißt als quadratischer Mittelwert. Meint man etwas anderes, muss man das dazu sagen. ARV wäre der Gleichrichtwert, Average Rectified Value. Der Spitzenwert wird meist als Us oder U-Dach bezeichnet. Sehen wir uns zum Schluss noch ein paar Gleichricht- und Effektivwerte an, die ja von der Kurvenform abhängig sind, ohne das jetzt rechnerisch zu beweisen. Die Grundschwingung hat eine Sinusform. Für den Gleichrichtwert muss man die Spitzenspannung mit dem Faktor 2 durch Pi, also rund 0,637 multiplizieren. Der Effektivwert ist das 1 durch Wurzel 2 fache, also rund 0,707 mal der Spitzenwert. Das bedeutet andersherum, da wir ja den Effektivwert messen, die Spitzenspannung ist um den Faktor Wurzel 2 höher. Wenn wir die Netzwechselspannung mal als annähernd sinusförmig annehmen, haben wir in der Spitze etwa 325 Volt an der Steckdose. Das ist wichtig, weil alle Bauelemente und Isolierungen für diesen Wert ausgelegt sein müssen und nicht nur für den gemessenen oder angegebenen Effektivwert. Diese Umrechnungsfaktoren liest man überall, aber nicht immer wird darauf hingewiesen, dass das nur für sinusförmige Wechselgrößen gilt. Nehmen wir mal eine Dreieckschwingung. Den Gleichrichtwert von 0,5 mal dem Scheitelwert kann man schon mit etwas Überlegung herausbekommen. Teilt man die gleichgerichtete Spannung in der Mitte, dann passen die dreieckigen Spitzen genau in die Zwischenräume unterhalb der Linie. Den Effektivwert bekommt man, wenn man den Spitzenwert mit 1 durch Wurzel 3 multipliziert. Die gleichen Werte bekommt man bei einem Sägezahn, hier sind die Dreiecke ja einfach nur verdreht. Jetzt könnt ihr euch mal kurz selbst überlegen, wie das bei einer symmetrischen Rechteckschwingung aussieht. Die absolute Höhe der Spannung ändert sich während der Zeit nicht, nur die Polarität. Die gleichgerichtete Spannung verläuft die ganze Zeit auf Höhe der Spitzenspannung. Der Faktor ist also 1, Gleichricht und Spitzenwert sind absolut gleich. Und das trifft auch auf den Effektivwert zu. Es wird über die gesamte Zeit die gleiche konstante Leistung umgesetzt. Die Stromrichtung spielt aber keine Rolle. Also auch der Effektivwert ist gleich dem Spitzenwert. Beweisgefällig, zwei Kästchen auf dem Oszilloskop entsprechen 10 Volt. Es werden auch 10 Volt in der Spitze angezeigt. Und die Vierfachmesser, die den Effektivwert zeigen, sehen das im Prinzip genauso. So, was den Unterschied zwischen Gleich- und Wechselspannung in einem Stromkreis ausmacht, sehen wir uns beim nächsten Mal an. Und wir reden darüber, wie man das mit sich drehenden Zeigern beschreiben kann. Als Vorbereitung könnt ihr euch nochmal ansehen, wie sich Induktivitäten und Kapazitäten im Stromkreis verhalten. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.